Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns die beiden unterschiedlichen Arten der Parameterübergabe anschauen, die es in JavaScript gibt, nämlich die Übergabe als Wert, so wie wir sie bislang betrachtet haben, und die Übergabe als Referenz, die wir bislang noch nicht kennengelernt haben. Was wir bislang kennengelernt haben, war die Übergabe eines Wertes. Das war immer dieser Call-by-Value und mit dem haben wir es in JavaScript immer dann zu tun, wenn wir einen elementaren Datentyp übergeben, also zum Beispiel eine Zahl oder eine Zeichenkette. Meistens hatten wir in unserem Programmbeispielen bislang Zahlen übergeben, aber wir können auch Zeichenketten übergeben oder einfache Zeichen, Buchstaben beispielsweise. Dann wird beim Aufruf der Funktion immer eine Kopie des Wertes angefertigt, den wir als Parameter übergeben, und diese Kopie wird in der Variablen innerhalb der Funktion im Parameter in der Funktion gespeichert. Mit diesem Wert arbeitet die Funktion dann, und was immer wir an Änderungen an dieser Variablen vornehmen, an diesem als Parameter übergebenen Wert vornehmen, bleibt innerhalb der Funktion und spricht sich nicht nach außen durch. Im Gegensatz dazu sieht das bei den nicht-elementaren Datentypen, bei komplexen Datentypen, da haben wir bislang nur das Array kennengelernt, werden aber in den nächsten Wochen noch Objekte kennenlernen, etwas anders aus. Die werden nämlich grundsätzlich als Referenz übergeben, das heißt, sie sind gewissermaßen wie ein Zeiger auf das originale Objekt. Wir machen also keine Kopie, die unabhängig von dem übergebenen Objekt bearbeitet werden kann. Vielmehr verweist die Referenz immer zurück auf das übergebene Objekt und jegliche Änderung, die wir innerhalb der Funktion an einem als Referenz übergebenen Parameter vornehmen, wirkt sich auf das Original aus. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, der verwirrend sein kann, aber wenn man ihn einmal verstanden hat und weiß, dass die eine Art der Parameterübergabe immer bei elementaren Datentypen, die andere immer bei komplexen Datentypen stattfindet, ist das eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Komplexe Datentypen werden unter anderem aus Performancegründen als Referenz übergeben, da ansonsten sehr große Objekte kopiert werden müssten. Ein Array kann schließlich riesig groß sein. Wir haben bislang nur relativ kleine Arrays betrachtet, aber ein solches Array kann auch aus 100.000 Elementen bestehen. Würden wir dieses kopieren, würden wir so schnell den Speicher unseres Computers überfüllen, wenn wir lauter Kopien anfertigen und es würde auch entsprechend lange dauern, weil diese Kopien auch angefertigt werden müssen. Wenn wir hingegen eine komplexe Datenstruktur wie ein Array oder ein Objekt als Referenz an eine Funktion übergeben, haben wir diese Probleme nicht. Allerdings verändern wir dann dieses Objekt auch außerhalb der Funktion, sobald wir es in der Funktion verändern. Das wollen wir uns jetzt einmal an einem kleinen Beispiel anschauen. Ich habe da einmal zwei Dateien mit jeweils einem kleinen Programm vorbereitet. Das Programm macht nichts fürchterlich Sinnvolles, aber das Prinzip kann man daran ganz gut verstehen, denke ich. Und zwar haben wir hier eine Funktion namens Quadriere, die in dieser ersten Variante drei Parameter übergeben bekommt. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir tatsächlich gar nicht, was uns hier übergeben wird. Es könnten uns Arrays übergeben werden, es könnten uns komplexe Objekte übergeben werden. Wir wissen das an dieser Stelle tatsächlich nicht. Aber dieses Programm funktioniert nur sinnvoll, wenn wir hier elementare Werte übergeben bekommen, denn andere Werte würden sich gar nicht miteinander multiplizieren lassen. Wir können nicht ein Array mit einem anderen multiplizieren oder solche Späßchen machen. Deshalb ist es auch für denjenigen, der eine Funktion verwenden will, wichtig, dass man auch weiß, wozu diese Funktion dient. Dazu gibt es dann hoffentlich immer eine vernünftige Dokumentation und Kommentare, aus denen das ersichtlich ist. Diese Funktion bekommt also drei Werte übergeben, die von der Funktion kurzerhand quadriert werden. Wenn wir für a eine 5, für b den Wert 6 und für c den Wert 9 übergeben würden, hätte a anschließend den Wert 25, b den Wert 36 und c den Wert 81. Wir wissen ja, dass wenn wir das Programm durchspielen, die Zeilen der Funktionsdefinition hier oben erst einmal gar nicht ausgeführt werden. Die Funktion schlummert vor sich hin, bis sie aufgerufen wird. Wir beginnen also mit der ersten Anweisung des Hauptprogramms. Dort werden nacheinander drei Variablen deklariert, die zufälligerweise auch a, b und c heißen. Sie erhalten die Werte 5, 7 und 11. Erst jetzt wird die Funktion aufgeweckt und ihr dabei diese drei Werte übergeben. Die Parameter der Funktion, die ebenfalls a, b und c heißen, erhalten hier also die Werte 5, 7 und 11. Errechnet werden demnach für die Werte a, b und c die Werte 25, 49 und 121. Die Funktion macht nichts weiter, sie gibt nicht einmal irgendeinen Rückgabewert zurück. Ich hatte schon gesagt, dass Funktionen keinen Rückgabewert liefern müssen. Die Funktion, die wir da geschrieben haben, macht eigentlich überhaupt nichts Sinnvolles, aber wir führen sie trotzdem einfach einmal aus, weil wir hier jetzt ein wichtiges Prinzip kennenlernen wollen. Jetzt sind also innerhalb dieser Funktion diese Werte verändert worden. Wir wissen schon, dass es sich bei a, b und c in dieser Funktion um lokale Variablen handelt, dass sie als Parameter übergeben worden sind. Daher dürfen sich die Änderungen nicht nach außen durchsprechen. Und eben weil wir es hier mit einem Call-by-Value zu tun haben, tun sie das auch tatsächlich nicht. Das werden wir jetzt einmal zeigen, indem wir uns die Datei im Browser angucken und ausführen. Dann sehen wir, dass mit den Document-Write-Anweisungen für a der Wert 5, für b der Wert 7 und für c der Wert 11 ausgegeben wird. Genau wie ich das gerade behauptet habe. Jetzt nehmen wir eine kleine Änderung im Programm vor. Wir gucken uns das leicht modifizierte Programm an. In diesem Programm gehen wir davon aus, dass unserer Funktion Quadriere ein Array übergeben wird. Durch dieses laufen wir in der Funktion von vorne bis hinten durch. Diese Phrase hier kennen wir bereits. For let i gleich 0, i kleiner a Punkt lenkt, i plus plus. Und was machen wir in der Schleife? Wir multiplizieren jedes Element mit sich selber, quadrieren es also und speichern den quadrierten Wert wieder in genau dem Element selber. Wir befüllen nun ein Array mit den gleichen Werten, wie wir das eben gesehen haben. Also 5, 7 und 11 und übergeben dieses Array dann als Parameter an die Funktion. Dann sorgt die Schleife in der Funktion nun dafür, dass an der 0. Position des Arrays anschließend 25 steht, an der 1. 49 und an der 2. Position 121. Das Array a ist ein Parameter, mit innen also eine lokale Variable. Daher würden wir erwarten, dass sich die Änderungen nach außen nicht durchsprechen. Weil aber a ein Array, also ein komplexes Objekt ist, findet die Übergabe nicht als Wert, by value, sondern als Referenz, call by reference, statt. Und das bedeutet, dass eben sehr wohl alle Änderungen, die wir hier in dem an die Funktion übergebenen Array vornehmen, tatsächlich im Array im Hauptprogramm durchgeführt werden. Das würde selbst dann passieren, wenn das Array im Hauptprogramm einen anderen Namen hätte, hier zum Beispiel überall b hieße. Ein solcher als Referenz übergebener Parameter verweist eben immer auf das übergebene Objekt, sodass das Objekt im Hauptprogramm tatsächlich modifiziert wird. Wenn wir also jetzt dieses Array hier ausgeben und das alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt, dann müssten jetzt als Werte 25, 49 und 121 ausgegeben werden. Wir probieren das aus. Und tatsächlich ist das so, wie ich es behauptet habe. So ein Ding aber auch. Das heißt, wir müssen bei call by reference und call by value sehr sorgfältig aufpassen, dass wir diese nicht durcheinander werfen. Auch wenn dieser call by reference auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch aussieht, hat es unter anderem auch aus Performancegründen seinen Sinn, warum man das so macht. Für uns als diejenigen, die nun Programme schreiben, ist der Umstand, dass es sich um Referenzen handelt, erstens eine wichtige Information und zweitens manchmal überraschend, wenn wir nicht daran denken. Deshalb sollten wir diese grundsätzliche Leitlinie im Kopf behalten. Elementare Datentypen, also Zahlen, Zeichenketten, Buchstaben und so weiter, werden immer als Wert übergeben, also per call by value. Komplexe Datentypen wie Arrays und die Objekte, die wir noch kennenlernen werden, werden hingegen immer als Referenz per call by reference übergeben. Es ist wichtig, diese beiden unterschiedlichen Arten der Parameterübergabe auseinanderhalten zu können. So überraschend das vielleicht auch manchmal sein mag, so nützlich kann das auch sein. Und dafür werden wir im übernächsten Video auch noch ein Beispiel kennenlernen. Da werden wir dann sehen, dass dies tatsächlich hilfreich sein kann und dass wir dieses Feature gut nutzen können. Das wird dann aber, wie gesagt, ein Thema für ein anderes Video sein. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.